hallo liebe zuschauer der frieden des herrn sei mit uns shalom ja ich möchte in diesem video möchte ich mal einfach das komplette kapitel 12 von daniel das letzte kapitel von daniel lesen weil es noch mal genau die zeit beschreibt die vor uns liegt also beziehungsweise den menschen die hier in die drangsaal kommen ja also die gottlosen und ja das habe ich heute mal gelesen und möchte das noch mal mit euch mitteilen also haben wir mal an zu lesen mit kommentaren vielleicht zu jener zeit wird sich der große fürst michael erheben der für die kinder deines volkes einsteht denn es wird eine zeit der drangsaal sein wie es noch keine gab seitdem es völker gibt bis zu dieser zeit aber zu jener zeit wird dein volk gerettet werden jeder der sich in dem buch eingeschrieben findet im buch des lebens und viele von denen die im staub der erde schlafen werden aufwachen die ein zum ewigen leben die anderen zur ewigen schmach und schande also neben dem guten evangelium ja das so dass das evangelium die gute nachricht gibt es eben auch eine schlechte nachricht nämlich die gottlosen die mit gott nichts zu tun haben wollen werden auch auferstehen ja werden alle leben fleischlich auch leben aber diejenigen gehen eben in den ewig brennenden feuersee ja und ewig ist ewig und die anderen sind zum ewigen leben jeder kann sich entscheiden jeder kann sich entscheiden niemand ist gezwungen ja wenn das jemand wenn jemand ohne gott leben will dann hat er sich das eben verdient hat aber es ist so ja und die verständigen werden leuchten wie der glanz der himmelsausdehnung und die welche die vielen zur gerechtigkeit weisen wie die sterne immer und ewiglich ja also wenn jesus zurückkehrt auf den ölberg nach jerusalem 1000 jahre regieren wird mit den heiligen kommt er ja zurück ja und das sind eben diejenigen die leuchten ja und ja welche die vielen zur gerechtigkeit weisen alle menschen die dann hier auf erden sind in dem tausendjährigen reich die werden eben in der gerechtigkeit zurechtgewiesen so du aber daniel verschließe diese worte und versiegle das buch bis zur zeit des endes viele werden darin forschen und die erkenntnis wird zunehmen oh ja also täglich nimmt die erkenntnis zu wenn wir in der bibel lesen nicht nur im buch daniel ganze kanon der bibel ergibt sich wunderbar jetzt zusammen ja was jetzt ansteht ja die erkenntnis wird zunehmen ja und ich daniel schaute und siehe da standen zwei andere da der eine an diesem ufer des flusses und der andere am jenseitigen ufer des flusses und einer sprach zu dem in leinen gekleideten mann der oberhalb des der wasser des flusses stand wie lange wird es dauern bis diese unerhörten zustände zu ende sind da hörte ich den in leinen gekleideten mann der oberhalb der wasser des flusses war wie er seine rechte und linke zum himmel erhob und bei dem schwor der ewig lebt eine zeit zwei zeiten und eine halbe zeit dreieinhalb zeiten dreieinhalb jahre sind damit gemeint eine hälfte der siebenjährigen drangsal und wenn die zerschmetterung der kraft des heiligen volkes vollendet ist so wird das alles zu ende gehen das hörte ich verstand es aber nicht darum fragte ich mein herr was wird das ende von diesen dingen sein er sprach geh hin daniel denn diese worte sollen verschlossen und versiegelt bleiben bis zur zeit des endes viele sollen gesichtet gereinigt und geläutert werden so wird es in israel auch geschehen am ende dieser sangsal geläutert werden sie und die gottlosen werden gottlos bleiben und kein gottloser wird es verstehen aber die verständigen werden es verstehen also wenn man manchmal mit gottlosen spricht dann denkt man auch wenn ihr doch nur wüsstet wenn ihr das doch nur verstehen könntet aber sie können es irgendwie nicht verstehen aber die verständigen verstehen es eben ja die auch das buch hier lesen die bibel gut und von der zeit an da das beständige opfer beseitigt und der groll der verwüstung aufgestellt wird das lesen wir auch in der offenbarung ja zur hälfte der drangsal und im vorherigen vor den den vorherigen kapiteln aus daniel entnehmen wir eben ja das dann eben zur hälfte dieser drangsal eben diese ja dass der antichrist eben in diesen tempel hineingeht und ein groll der verwüstung aussteht ja und hier steht eben von der zeit da das beständige opfer beseitigt und der groll der verwüstung aufgestellt wird sind es 1290 tage ja in der offenbarung steht 1260 tage das sind 42 monate also dreieinhalb jahre hier sind nochmal 30 tage addiert ich weiß nicht warum ja ob das nochmal einen monat dann nachdem jesus christus zurückkehrt auf den ölberg seine füße auf den ölberg setzt ob es dann nochmal 30 tage unruhe gibt oder so wer weiß ja und dann kommen nochmal 45 tage dazu denn hier heißt es nochmal wohl dem der aushart und 1335 tage erreicht du aber geh hin bis das ende kommt du darfst nun ruhen und wirst einst auferstehen zu deinem erbteil am ende der tage ja also ich finde das eine super gute beschreibung zu dem was jetzt wirklich kommen wird ja der fürst michael der fürst seines volkes israel nicht die germanen oder so man hört ja in letzter zeit wieder seltsame dinge naja hier vor allen dingen in deutschland na sein volk israel ja und der große fürst michael wird sich erheben denn es wird eine zeit der drangsaal sein wie es noch keine gab seitdem es völker gibt erster weltkrieg zweiter weltkrieg nein das wird schlimmer leute wenn ihr euch noch nicht bekehrt habt kehrt um alles gute ciao das wird mir auch noch nicht bekehrt was ich noch nicht bekehrt habt dass ich mich noch nicht bekehrt habe aber ich bin mir auch noch nicht bekehrt